In meinem 10.000 Abo Special hat mir Bosch Powertools freundlicherweise diese beiden hübschen Geräte zur Verfügung gestellt für die Verlosung und sie haben mir noch was on top gelegt, denn ich durfte mir auch noch ein Gerät aussuchen, das jetzt für mich ist, das ich jetzt auch mal testen darf und ja habe ich mich hier für einen Exzenterschleifer entschieden, denn meiner Meinung nach kann ein Mann nicht genug Schleifgeräte haben, das sind meine zwei die ich schon lange besitze, denen ich ganz glücklich bin, aber das ganze wird hier zum einen Exzenterschleifer ergänzt, um den PEX 400 AE, denke so ein Unboxing in der Regel ein ziemlich uninteressantes Gebiet, aber gucken wir mal rein, das Gerät an sich selber hier drin mit einer Anleitung, eine Schleifpapierscheibe ist jetzt dabei, ich habe es schon selber direkt mal bestellt, die habe ich jetzt aus eigener Tasche noch bezahlt und zwar ein ganzes Set Schleifpapier, so rum, dann noch diverse Polier- und Schleifaufsätze, weil dann kann ich das ganze auch mal in meinem Oldtimer testen, da kann man noch ein bisschen was aufpolieren oder an Longboards unten, wenn ich mit Epoxy arbeite und dem Carbon, da kann man die ganze Sache ein bisschen aufpolieren. Jetzt kommen wir zum Gerät selber, also hier unten der Body, ein Aluminium Druckguss Teil, was das ganze auch noch mal ein bisschen robuster und langlebiger macht. Was mir jetzt auch schon gut gefallen hat, ist die integrierte Mikrofilter hier, da gab es mal, habe ich schon gelesen, in der Amazon Rezession hieß es, der wäre nicht dicht, aber mit diesem Dichtgummi und der sitzt echt stramm da drauf, also ich bin gespannt, ich denke schon, dass der dicht ist, aber das werden wir dann später sehen, dieser Filter. Was mir besonders gut gefallen hat, oft ist man hier so da am Fummeln, dass das, ja, jetzt seht ihr schon, siehst ihr, die Bohrungen hier liegen jetzt nicht übereinander, also es war immer am Fummeln, dass das Ding hier perfekt drauf passt und dann ist es hier ein richtig tolles Hilfsmittel, einfach das Schleifpapier nehmen, die zwei Nippel da einführen, das Schleifpapier hier rumwickeln und die zwei Nippel sind direkt jetzt hier meine Führung, führe in diese zwei anderen Löcher rein, reinstecken, loslassen, und das Schleifpapier klebt perfekt da drauf, mittig, die Bohrungen zum Absaugen, deckungsgleich, also kleines Teil, große Wirkung, finde ich gut. Das Ganze testen wir hier an so einem Schneidbrett, die habe ich mal vor ein paar Jahren geschenkt bekommen, eigentlich sehr hochwertige Bretter, aber ich bin sehr enttäuscht, ihr seht, hier ist schon komplett die Lackierung runter, also überhaupt nicht mehr schön, das schleifen wir jetzt plan und danach wird das Ganze mit Leinfirniss behandelt. Meine alten Holzprojekte, gerade für Kischöl oder Kinderspülzeug, habe ich oft mit Olivenöl behandelt, aber da habe ich jetzt den Tipp bekommen, das kann halt ranzig werden und das hier, Leinfirniss, ist das perfekte Lebensmittel echt und so weiter und macht nochmal eine harte Oberfläche, das härtet nochmal aus, weil Olivenöl härtet nicht wirklich aus, das wird halt dranzig und da sind wir mal gespannt, wie das Brett nach dieser Behandlung aussehen wird. Das Ganze bauen wir jetzt wieder mit meinem selbstgebauten, perfekten Spannsystem für die Werkbank, da habe ich ja auch ein Video, das Ganze mit mehreren Bestimmigkeitsspüßen, machen wir erst nochmal den Filter drauf. Schön, jetzt sehe ich schon ein kleines Problem, da hinten scheint was undicht zu sein. Hier tritt Schleifstaub aus. Dann schleifen wir mal weiter. Die Abtragsleistung fand ich echt wunderbar, eine schöne glatte Oberfläche, selbst mit 80er Schleifpapier. Die Qualität des Schleifpapier auch wunderbar, nicht zugesetzt. Ich habe die Drehzahl ziemlich unten gehalten, so dass auch nichts von der Lasur vorher hier zu heiß wird, hier so quasi so fest wird, einbrennt. Ja, und natürlich sieht man, wo gehobelt wird, fallen Späne, hier ist überall viel Schleifstaub, was aber normal ist. Erstmal schauen wir mal, wie voll der Filter ist. Wow. Wow. Schaut euch das mal an. Seht ihr diesen Haufen da? Sieht man das? Wie hoch das hier ist? Also, anfangs hatte ich ein bisschen gemeckert, denn hier hinten war irgendwas nicht ganz dicht, aber man sieht, der Filter wurde hier richtig eingeklebt mit Heißkleber, um es dicht zu bekommen. Aber irgendwie kam hier hinten ein bisschen Staub raus. Das fand ich anfangs nicht so deutlich, aber wenn man jetzt betrachtet, was dieser kleine Filter hier an Staub aufgenommen hat und dass dieser feine Staub alles jetzt in meiner Lunge sein könnte, das ist Wahnsinn. Also man muss immer betrachten, dass hier ist natürlich ein kleines Filtersystem, was auch nur durch die Motorleistung hier mit dem Lüfterrad quasi nach hier außen getragen wird. Selbst hier hängt noch richtig viel drin. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer richtigen Absauganlage oder einem Staubsauger, den man anschließt. Aber für jetzt dieses kleine Filtersystem ist es hier absolut der Wahnsinn, was der noch auffängt, bevor es hier in die Luft geht und in meine Lunge. Also das hier Wahnsinn. Ich wäre ja nicht Dr. Schnaggels, wenn meine kleine Werkstatt nicht noch ein weiteres Highlight hätte und zwar hier hinten einen richtigen Raumluftfilter. Und dieses gute Stück hier saugt in der höchsten Stufe, die es jetzt gerade läuft, 720 Kubikmeter pro Stunde Luft an und filtert die da. Also zusammen mit diesem echt guten Filtersystem hier und meinem Filter da kann der Schnaggels komplett ohne Mundschutz arbeiten. Finde ich schon mal eine geile Sache. Der Filter ist wieder zusammengebaut und jetzt werden wir mal den ganzen noch ein Mega-Finish geben und mit dem 240er Papier das Holz bearbeiten. Und da bin ich dann auch mal gespannt. Und kleine Hilfsmittel wieder perfekt positioniert. Filter drauf und ab geht's. Ich habe jetzt noch ein zweites Schneidtrett gemacht. Größe 45 cm auf 30 cm. Habe jetzt mit einer 80er Körnung geschliffen. Habe jetzt exakt 5 Minuten an dieser Fläche geschliffen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Staub dieses kleine Filtersystem jetzt wirklich aufgenommen hat. In 5 Minuten auf einer Fläche 45 x 30 cm. Das sind ganze 8,3 Gramm. 8,3 Gramm Staub. In dem kleinen Filtersystem hat dieses System doch noch aus der Luft gefiltert. Und das ist schon eine beachtliche Leistung. Der Staubsaugeranschluss wirkt während des Betriebs eigentlich nicht so, als ob er toll halten würde. Aber der hat jetzt gerade eben doch besser gehalten als gedacht. Hier würde ich mir vielleicht eine clevere Idee wünschen, dass hier vielleicht noch am Gehäuse ein Griff befestigt werden kann mit einer Art Klemme. Ein Schuh, ein Plastikschuh, eine Klemme, die man am Gehäuse festmachen kann. Oder noch hier Nuten im Alu-Teil mit einer Klemme, die sich einklemmt. Und das hier sind ja eigentlich auch genormte Rohre, dass das Teil hier eingeklemmt wird und dann hier noch eine Klemmung dran sein wird, dass das Rohr noch mehr gehalten wird. Das fände ich eine richtig geile Sache. Und da können die Jungs in Leinfeld ja nochmal ein bisschen kreativ werden. Die PEX 400 AE kann natürlich nicht nur schleifen, sondern auch polieren. Und das wollen wir jetzt mal hier in meinem schönen alten Schätzchen testen. Dafür habe ich mir direkt die drei erhältlichen Polieraufsätze mal dazu gekauft. Gibt es hier drei verschiedene. Einmal zur Veredelung von Metallen, dann haben wir hier einmal zum Aufbereiten von Lacken und hier einmal zum Einarbeiten von Politur oder Wachs. Und da werde ich mal dieses Hartwachs jetzt mal hier auf meinen kleinen Oldtimer einarbeiten. Wichtig ist dafür, eine niedrige Drehzahl einzustellen, damit sich das Ganze auch nicht erwärmt durch die Reibung. Also stellen wir mal auf eins. Gucken wir mal, wie es da ist. Ihr hört jetzt auch, wie leise das Gerät wirklich arbeitet. Also das ist jetzt echt nicht laut. Das ist echt ganz schön angenehm. Ich bin jetzt auf Stufe 2. Das Wachs ist jetzt eingezogen und trocken. Den tauschen wir jetzt gegen das Lammfell aus. Und damit drücken wir dem Ganzen jetzt nochmal zur Leibe. Mein Fazit zum PEX 400 AE. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Ich muss ehrlich sagen, und das seht ihr auch in meinen Videos, ich bin ja eher wirklich noch der blaue Fan. Also ich brauche es immer High End. Liegt wahrscheinlich daran, wie gesagt, ich bin Maschinenbauingenieur und ich stehe halt einfach auf richtig geiles Werkzeug. Da gebe ich gerne auch einfach Kohle für aus. Aber ich muss sagen, hier, also da hat es die grüne Abteilung richtig gut getroffen. Also allein dieses, das sieht billig aus, kleines Plastik. Aber ich habe in meinem Berufsleben auch schon im Hobby mehrfach schon mit Schwinkschleifern gearbeitet. Und das Drauffummeln hier ist echt immer ein Krampf. Und dieses kleine Plastikteil macht es so easy. Echt super. Von der Staubbox auch mega begeistert, was die ja wirklich aufgenommen hat. Anfangs war ich etwas enttäuscht. Da war hier ein bisschen undicht. Nicht so toll gearbeitet. Aber das waren Promille. Wahrscheinlich nicht mal Prozente, die hier rausgegangen sind durch die Undichtigkeit. Wenn man sieht, wie viel Gramm ja wirklich am Ende hier drin gelandet sind und nicht in eurer Lunge. Also tolles Teil. Ansonsten die stufenlose Einstellung hier. Oder beziehungsweise die sechs Stufen, die man einstellen kann für die Drehzahl. Wunderbar. Der kleine Kritikpunkt. Die Staubabsaugung mit dem Staubsauger. Ein bisschen fummelig. Da hatte ich ja schon eben meine Idee kundgetan. Vielleicht wollen Jungs in der Entwicklungsabteilung da nochmal ein kleines Teil basteln. Dass den Schlauch ein bisschen besser hält. Aber ansonsten würde ich sagen, grundsolides Gerät. Also da kann man bedenkenlos zugreifen. Man muss gar nicht zu den teuren Profi-Geräten greifen. Klar gibt es da ... Das ist so, als würde euch jemand fragen, ja soll ich den VW kaufen oder dann doch den Porsche. VW ist ein tolles Auto, nur Porsche ist ein Porsche. Also aber trotzdem, dieser VW hier, der grüne, fährt wunderbar. Kann ich also einfach uneingeschränkt weiterempfehlen. Finde ich echt tolles Gerät. Ich sag nochmal, danke Bosch für euer Vertrauen, dass ihr mir so ein Testgerät zur Verfügung gestellt habt. Also es gefällt mir wirklich wunderbar. Ich denke, es werdet ihr auch in den nächsten Videos von mir noch ein paar Mal sehen. Weil also hiermit arbeiten macht echt Spaß. Also bis dahin, euer Dr. S. Tschüss. ... ...